Der Weg mit dem geringsten Widerstand. Was wir ja tagtäglich machen, ist, Maklerunternehmen, Maklerfirmen aufzubauen, zu optimieren, zu skalieren. Im Kern der Sache. Und dafür tun wir tagtäglich alles, was getan werden muss. Und was wir ja merken ist... Erstmal herzlich willkommen zum Immolution Podcast mit einer neuen Folge. Lass uns doch mal über das Thema reden, der heilige Grei. Die Suche nach dem heiligen Gral vielleicht auch. Weil das ist so ein Thema, ich stolper da eigentlich jeden einzelnen Tag drüber. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr bemerkbar. Wie explizit die Leute nach dem heiligen Gral, nach dieser einen Lösung, diesem einen magischen Knopf, wo man draufdrückt und dann sind alle Probleme vergessen. Und dass auch wirklich proaktiv danach gesucht wird. Und da will ich einfach heute mal ein bisschen drüber reden, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Und da möchte ich auch eine Warnung aussprechen, weil es gibt extrem viele Firmen in Deutschland, die einzelne Maßnahmen als den heiligen Gral verkaufen, als den heiligen Gral titulieren nach außen. Und was eben auch einfach für einen Trugschluss sorgt und für Fehlgedanken und falsche Glaubenssätze innerhalb der Branche. Was sagst du dazu? Spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Und mir fällt so total spontan ein Erlebnis oder ein Thema aus meiner anfänglichen Vertriebszeit. Vor vielen, vielen Monaten, jetzt kommt der Märchenonkel, vor vielen, vielen Monaten ein, wo, und zwar im Versicherungsvertrieb, Finanzvertrieb, jeder versucht hat, sein Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen und zu sagen, guck mal, meins ist viel besser als alle anderen Sachen. Ob das jetzt die, damals die Lebensversicherung war, dann kamen Aktienfonds und der Aktienfonds, Aktien sind besser als alles andere, ja, auch Immobilien, viel besser als Immobilien, weil es ist ja immobil, ne, also die Aktie ist ja nicht, also ist ja mobil und nicht immobil, also viel schneller umsetzbar. Und dann gab es das magische Viereck des Kapitals und so weiter. Also das war schon echt super spannend und ich bin dann irgendwann tatsächlich mal dahinter gekommen, ich sage, okay, das ist ja alles ganz witzig, nur wenn du halt nur eine Sache machst, dann diversifizierst du ja gar nicht. Also das heißt, also die Immobilie hat seine Vorteile, die Aktie hat ihre Vorteile, ein Wertpapier, ein Festverzicht hat auch seine Vorteile, bla, bla, bla. Und am Ende des Tages ist es wieder die gute Mischung, die Diversifikation eines Portfolios, was es dann wieder ausmacht. Genauso wie wenn du jetzt die eine Aktie, ich erinnere mich noch daran, der heilige Gral damals in der, da gab es ja die Tech-Blase, 1900 irgendwas, 2001 glaube ich war es, und alle sind in den Ende der 90er Jahre rumgelaufen, haben sich die Telekom-Aktie, da gab es EM-TV, da hat einer, weiß ich, 1000 Mark investiert, oder 10.000 Mark, und war dann bei über Millionen drin, ja, das Problem war halt, Gier frisst Hirn, der hat halt einfach nicht rausgeholt, und dann auf einmal war die Scheiße, gar nichts mehr wert. So, also das war schon, das war so eine Phase, die ich damals sehr bewusst wahrgenommen habe, mit eben dem heiligen Gral, der Kapitalanlage oder der Wertanlage, was auch immer. Und im Business, ja, Leon, es ist einfach die Sache, die Menschen suchen halt, wenn sie ein Problem haben, nach einer schnellen und möglichst umfassenden Lösung. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich auch meine, dieser, der Weg mit dem geringsten Widerstand, ja, löst einfach, also ich komme, schmeiß mir einfach die Ibuprofen her, ja, ich habe Kopfschmerzen, bitte schmeiß mir einfach die Ibuprofen, damit die Scheiße weg ist. Es mag ja manchmal sogar gar nicht anders gehen, dass man mal irgendwas machen muss. Ja, aber wenn wir jetzt speziell über das sprechen, was wir hier tun, was wir ja tagtäglich machen, und ist Maklerunternehmen, Maklerfirmen aufzubauen, zu optimieren, zu skalieren, im Kern der Sache, so, und dafür tun wir tagtäglich alles, was getan werden muss. Und was wir ja merken ist, dass einfach so viele verschiedene Bestandteile dazugehören, um in der Kombination am Ende des Tages ein geiles Resultat, ein geiles Ergebnis zu erzielen, ja. Es ist nicht die eine Marketingmaßnahme, die am Ende ein Millionenimperium aus deiner Firma macht, ja. Es sind viele Dinge auch in der Führung, im Aufbau, in strategischen Dingen oder Sachen, die am Ende dazu beitragen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt. Trotzdem, trotzdem, ja, kaufen sich Makler, die noch gar nicht so weit sind. Die sind noch gar, die haben die Hausaufgaben noch gar nicht gemacht, die haben nicht mal Prozesse, die haben nicht mal Strukturen und so weiter und kaufen sich halt diese heiligen Grals vermeintlich ein, ja, irgendwelche Online-Marketingagenturen, irgendwelche Dienstleister, die die Arbeit für die machen, kaufen Leads ein, um ihre Schmerzen zu stillen und das halt einfach lost. Das ist einfach whack. Ja, absolut. Du musst ja, du musst aber jetzt, also lass uns mal ins Verstehen gehen, ne? Also was spielt sich denn da eigentlich ab bei den Leuten? Weil schau, wenn du dir die Lead-Leute, also die Online-Marketing-Firmen anguckst, wo, ich sag mal, sehr unerfahrene, junge Menschen sich ein Business aufbauen, wo ja überhaupt nichts dagegen zu sprechen, dagegen zu sagen ist. Der Punkt ist aber, da sind wir wieder beim Thema Marketing. Marketing ist halt eben wichtiger, wichtiger als was anderes, ja? Also eigentlich fast als alles andere, weil wenn jemand draußen hingeht und sagt, ich verkaufe dir jetzt die CRM, obwohl ich noch keine einzige Immobilie verkaufe. Die CRM ist auch so ein Ding. Ja, ja, das ist shiny objects vom Feinsten. Also weißt du, mein Laden läuft nicht oder ich bin gerade in der Bewegung und dann kommt einfach einer und sagt, hier ist ein geileres CRM. Und das alleine ist ja schon wirklich Banane, weil ich muss, ich weiß, ich kenne überhaupt gar nicht meine Prozesse und ein CRM zu installieren, zu implementieren, einzuführen, das alles anwenden, ist ein Riesenbrett. Ja. Ist ein Riesenbrett. So und, also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Natürlich ist ja logisch, guck mal, was soll denn der CRM-Mensch anderes sagen? Weil das ist ja sein Produkt. Das ist ungefähr so, wie wenn das die Bank nicht sagen würde, geh mal zu der anderen Bank, die haben viel günstigere Konditionen. Ja, klar, die natürlich sagen, was sollen die auch anderes sagen? Hast du recht. Ja, ja, auf jeden Fall. Mir geht es jetzt einfach darum, mal ein bisschen so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, dass du am Ende des Tages halt ein bisschen mehr tun musst, ja, um einfach mal irgendjemanden zu beauftragen und dann sind deine, sind deine Kopfschmerzen gelöst. Weil wenn du keine Einkaufs, keine vernünftigen Einkaufsprozesse, keine vernünftigen Vermarktungsprozesse hast, dann tut es dir mehr weh, anstatt dass es dir gut tut, selbst wenn du die Leads bekommst und so weiter und so fort. Aber ich will da gar nicht zu tief reingehen. Der Punkt ist ja, was ich eigentlich sagen will ist, es gibt ja einen Grund dafür, warum ein Tresorschloss ja verschiedene Zahnräder hat, die zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Zusammensetzung ineinander greifen muss, damit dieses fucking Schloss aufgeht. Ja? Es ist halt nicht ein Zahnrad, es sind halt mehrere Dinge. Genau. Trotz alledem würde ich gerne mal einen Schritt zurück gehen, weil, wie gesagt, das ist ein sehr wunder Punkt. Das ist ein sehr, sehr wunder Punkt, was du ansprichst. Nämlich, wenn du Unternehmer einmal fragst, in einer Phase des Erfolges oder aber auch gerne des Misserfolges. Sagen wir mal, der Misserfolg kommt häufig nach dem Erfolg oder du startest etwas und du bringst es gar nicht erst zum Erfolg. Und wenn du aber mal jemanden fragst, erklär mir doch mal, warum hattest du eigentlich Erfolg? Was waren die Gründe für Erfolg? Und da ist im Prinzip die Ursache zu suchen, weil wenn du noch nicht mal genau verstehst, weshalb, also oder was sind die erfolgreichen Aktionen? Du hast ja immer so Regeln, Gesetze und so weiter in dem Business oder überhaupt im Leben. Lebensregeln, Lebensgesetze oder Businessgesetze. Und dann kommt ja, wenn du die verstanden hast, dann kommt ja im Prinzip die Aktion, die Actions. Also das heißt, was muss ich tun, um diese Regeln besonders und erfolgreich anzuwenden? Und danach kommt die eigentliche Theorie. Also, wie funktioniert das Ganze eigentlich und warum funktioniert das? Und wie zum Beispiel Verkaufstechniken und so weiter. Da aber die meisten diese Dinge in der Reihenfolge auch schon nicht erkennen und gar nicht wissen, was sind diese Hintergründe, haben Menschen Erfolg aufgrund ihrer Persönlichkeit, auch Fähigkeiten, Neigungen, Begeisterung, Freude, Motivation, können sich aber den Erfolg nicht erklären. In dem Moment, wo sie jetzt Misserfolg haben, irgendwas funktioniert nicht. Dann fängt man natürlich das Rühren in der Soße an. Und wenn man das Rühren in der Soße anfängt und dann kommt in dem Moment jetzt und sagt, hier, du hast deine Vertriebsprozesse nicht optimiert. Hier haben wir die perfekte Lösung. Wenn du das machst, dann läuft dein Laden rund. Du musst die CRM installieren und alle deine Probleme sind gelöst. oder du hast jetzt knapp Geld, weil du zu wenig Kunden hast und du denkst an der Stelle, jetzt kommt ja die Online, spontan wird mir die Online-Werbung angezeigt. Hey, wie krass ist das? Ich brauche doch nur mehr Leads. Dass aber derjenige gar nicht verstanden hat, dass er zum Beispiel, du hast ja letztens so ein Beispiel gehabt, dass jemand nur 10 oder 20 Prozent Closing Rate hat im Einkauf. um Alleinaufträge zu machen oder vielleicht jeden Auftrag reinholt, aber alles Objekte, die viel zu hoch bewertet sind. Und hat deshalb kein Geld. Hat zwar Aufträge, auch kein Geld. Kein Umsatz, keine Closings, keine Abschlüsse. Gib mal das Beispiel, was du da hattest. Du hast ja gerade schon gesagt. Also das war das schon. Ja, ja. sagen wir mal, 10 Leads kommen rein. Quelle jetzt egal, ob eigengeneriert oder Empfehlungen, was auch immer. 10 Leute kommen rein, zwei Alleinaufträge. Genau. Von 10 jetzt so als Quote. Genau. Diese Katastrophe. Genau. Und hier sind wir wieder bei dem Zyklus, wie ich Ihnen ja auch bei uns im Coaching erkläre. Das ist das, den Leuten fehlt sehr, sehr häufig einfach das Grundlegende und häufig, es wird ja auch viel Blödsinn erzählt, das haben wir auch nicht vergessen. Es wird ja viel, viel, wirklich viel so gefährliches Halbwissen verbreitet. Das wäre auch ungefähr so, wie wenn man sein ganzes Business auf YouTube aufbaut. Das reicht halt nicht. Wir können hier auch nicht super, super deep rein, dann würden die Videos verdreißig drei Stunden, da guckt sich ja keiner an. Plus wir hätten nichts, wir müssen ja auch Geld verdienen. Genau, und das deep Wissen gibt es halt, wenn man wirklich Dienstleistungen auch erwirbt und kauft. Der Punkt ist, jetzt müssen wir aber natürlich auch ein bisschen für Klarheit sorgen, wir reden ja einzelne Maßnahmen nicht schlecht. Gar nicht. Also die einzelnen Dinge können ja alle zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Reihenfolge irgendwo auch Sinn ergeben. Also wir sagen ja nicht, dass das von Grund auf alles falsch ist, nur es kommt auf die Reihenfolge an und es kommt auf vor allem auch eine Priorisierung, wo fange ich an und mache ich auch die Grundarbeit selber. Exakt. Ja, also mache ich die Grundarbeit selber und kaufe mir nicht die Kopfschmerztablette um vermeintliches, also das ist halt so die Lösung, aber ich habe eigentlich die Ursache nicht gelöst. Genau, und dann lass uns jetzt mal wirklich konkret, damit die Leute draußen wirklich wissen, was wir meinen. Wir machen das jetzt mal am Beispiel Online-Marketing einmal fest. So im Short-Beispiel. Was passiert denn da eigentlich? Da kommt jetzt jemand von außen und sagt dir, hey, Online-Marketing ist die Lösung. Ja. So. Die Lösung, ne? Nicht eine, sondern die Lösung. Ja. So, das ist schon mal Quatsch, weil am Ende des Tages musst du alles tun, um deine Zielgruppe zu erreichen. Das ist aber nur by the way. Ja. So, und jetzt kommt aber der Punkt, was sind denn für Bestandteile bei Online-Marketing eigentlich notwendig? Wenn, also zum Beispiel, deine Brand, wenn du gar keine Brand hast, also wenn du überhaupt keinen Trust hast und fängst jetzt an, Online-Marketing zu machen, also einfach nur Werbebudget reinzupulvern. Ja, kannst du zwar machen, dauert aber lange und kostet sehr viel Geld. Kostet sehr viel Geld, aber schau, wenn du selber zum Beispiel noch nie vor der Kamera gestanden hast, wenn du selber nicht das Gesicht sein kannst, und wenn du jetzt, ich gehe jetzt weiter. Hast du noch nicht mal Mitarbeiter? Ja, genau. So, dann wird es ja alles schwerer. So, dann musst du ja auch in der Lage sein, die Telefonate, also sprich, die eingehenden Leads, hast keinen Sales-Leitfaden und sagst ja, das sind ja alles Schrott-Leads. Du weißt aber gar nicht, hey, einer ist freeze, ja, der muss erstmal aufgewärmt werden, ne, und so weiter. Also das heißt, du hast den Vertriebsprozess gar nicht drin, denkst du kriegst, du denkst die Leute, kommen ja die Leads rein und du rufst hier nur noch an und sagen, ja, kommen sie vorbei, wir wollen die Immobilie verkaufen und morgen können wir zum Notar. Ja. Das funktioniert nicht. Ja, jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, ach, das ist ja Schwachsinn, das ist schon alles super, alles klar. Probiert halt aus. Ja, ja. Probiert es aus, wir sehen uns in zwölf Monaten, wenn ihr sechsstellig ärmer seid und es hat nichts gebracht, weil ihr es am falschen Zeitpunkt gemacht habt. Und ich sage das nicht, weil ich mir das aus der Nase ziehe, sondern ich sage das, weil ich faktisch diese Leute in meinen Calls habe, die einfach viel zu früh, ohne die Voraussetzungen dafür, in der Grundlage selber aufgebaut zu haben, diese Sachen machen, sechsstellig investieren und einfach immer noch keinen Return haben. Und vor allen Dingen geht es ja auch nicht nur um die, die, jetzt gehen wir mal zu den Kosten, es ist einmal eine Setup-Gebühr, die verlangt wird, dann hast du die regelmäßigen Betreuungsgebühren, das nur an die Agentur und da spricht doch mal überhaupt nichts dagegen, wenn die Agentur einen Track-Record hat, wenn die weiß, was sie tut, alles fein, alles gut, aber das Marketing-Budget wird runtergeredet. Und das ist aber das ganz Entscheidende, weil das Budget an deinem Standort und zum Beispiel, du kannst ja nicht in einem Radius von zehn Kilometern werben, also musst du schon natürlich einen großen Radius haben und da musst du halt auch nochmal zwei, drei K im Monat reinbimmeln. So und damit sind wir dann aber schon, wenn wir auf Agentur-Ebene sprechen, reden wir von vier, fünf, sechstausend Euro im Monat. Darunter brauchst du das gar nicht starten. Ende aus Mickey Maus. Dann wird ein Video gemacht und das läuft sich doch tot. Das heißt, du... Aber wir reden jetzt über die Maklerbranche. Andere Branchen mal ausgeklammert. Ja, es gibt aber ja Branchen, die sind ein Online-Shop, da ist es natürlich anders, ist ja klar. Aber auch die müssen ja immer wieder neue Fotos machen, ihre Produkte in den Vordergrund heben. Wir machen jede Woche neue Videos. Also da muss ja auch Veränderung stattfinden. Weil alleine die Tatsache, wenn jemand eine Online-Werbung drei, vier, fünf Mal gesehen hat, dann ist ja irgendwann der Punkt erreicht, wo wieder das weitergehen muss, wo das neu ist. So, was ist denn mit dem Freeze? Es kannibalisiert sich halt irgendwann von alleine, ist ja klar. Logisch, ne? Also ihr merkt, also Leute werden schon merken da draußen, das ist halt eben, da ist ein System dahinter, da ist ein Konzept dahinter, da ist ein Prozess dahinter. Und das ist nicht damit getan, dass da A vorne irgendein Knöpfchen drückt und dann hinten, so nach dem Motto voll automatisiert, dass ein Leben lang funktioniert, das ist totaler Kram. Und ich wette, und ich wette, ich wette, die Leute in den Zuschauern, die das schon gemacht haben, die werden zu 100 Prozent sagen, die Masse der Leads waren Leads, die wollten eigentlich nur mal eine Bewertung, die hatten gar kein wahrhaftiges Interesse. Und also es hat einfach nicht das gebracht, den Aufwand, den es am Ende des Tages, also es war es nicht wert, unterm Strich. Und da sage ich, dass genau das nämlich eben auch der große Fehler ist. Nee, das sagen wir jetzt nicht. Okay, das sagen wir jetzt nicht. Warum? Nee, sagen wir jetzt nicht. Weil die Leute können es ja gerne selber rausfinden. Einverstanden. Am Ende des Tages, weil die Absicht, ich weiß nämlich, was du jetzt sagen willst, die Art und Weise, die Absicht, wie die Ads von diesen Agenturen im Maklerbereich geschaltet werden, ist komplett falsch. Absolut. Aber wir müssen ja irgendwo auch einen Cut machen. Ja klar. Können wir in Zukunft mal drüber reden. Erstmal das, aber der zweite Punkt ist ja der, guck mal, wenn ich, und ich habe es ja ausprobiert, ich habe es ja ausprobiert. Das heißt, ein Makler ruft an und ich habe die gleichen Leads auch angerufen und ich habe bei acht von zehn einen Treffer und der Makler bei einem von zehn. Ergo, es liegt am Telefonat. Ja, das heißt, es liegt an der Art und Weise. Es liegt in der praktischen Umsetzung. Es liegt in der praktischen Umsetzung. Wenn du da halt nicht trainiert bist und jetzt können sich die Leute gerne 27 Fragezeichen im Kopf haben, der Punkt ist einfach der, warum kriegt der eine es hin und der andere eben nicht. Und da ist der wichtige Ansatz der, schau mal, du musst ja eben nicht nur heute Objekte verkaufen, sondern auch in drei Monaten, in einem halben Jahr und so weiter und so fort. Aber das ist ja nur ein Thema. Lass uns das für heute, ich glaube, das ist für heute eigentlich ein guter Abschluss. Ich komme zurück auf meine Metapher vom Anfang. Am Ende, wenn ihr den Schlüssel für den Tresor haben wollt, mit den mehreren Zahnrädern, die alle wichtig sind, um den Tresor aufzumachen, weil auch wir haben nicht den Heiligen Graal, aber wir wissen, wie man ihn zusammensetzt. Aus verschiedenen Dingen und was diese Dinge sind und wie sie in der Praxis ausgeführt werden müssen. In der Infobox findet ihr einen Link und wenn ihr auf diesen Link klickt, dann kommen da ganz viele Auswahlmöglichkeiten zu auch Einführungsprodukten, um erstmal ein bisschen warm mit uns zu werden, was wir so machen und so weiter und so fort. Alle möglichen Kanäle, wo man uns folgen kann, wo man sich Content reinziehen kann. Schaut euch das gerne an, überzeugt euch selber und dann meldet euch bei mir und wir hören und sehen uns zeitnah. Vielen Dank.